so deutlicher geht es glaube ich nicht also es ist in ordnung ich weiß nicht ob ich Specs jetzt besser finde also das eine hat seine nach und vorteile deswegen möchte ich da immer so ungern drüber urteilen also ich möchte ich nie verlieren und sieger ausmachen das ist okay und zwar richtig so ich muss mir unbedingt merken das sind die letzten dass ich hier nie die falschen mache da müsste man noch gucken wie ich das denn jetzt mache hier wenn ich sage hier kommen noch Truhen hin oh ne es passt gar nicht achto ne hier muss eine wand hin die muss ich mal eben ganz kurz an oder abmessen hier richtig das hier ne ja 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 oh und da sind die Schaufel zerdepert ich überlege ob ich gleich dann eine richtige mache tja wie machen wir das hier wie macht man denn eigentlich ein save einer kriegt jeder geschenkt das ist klar dafür bräuchte ich ein extra circle iron plates ok das ist mir noch ein bisschen zu doof sorry ich hätte aber gerne noch ein paar saves ok das machen wir jetzt mal so nee molly nicht dumm sein nicht dumm sein du hast elf schilder oh komm dann schon denn schon mal gucken machen wir uns vielleicht mal zwei davon wenn es klappt dann bräuchte ich aber auch einmal eine chisel ich habe keine cobble stones zu keinem erzählen dass ich keine cobble stones habe hä ich muss cobble stones haben ich habe die wohl schon alle dazu gemacht ne aber man kann ja immer noch zurückchillen das ist das schöne so french brauchen wir haha und was habe ich falsch gemacht ne was hat der multi falsch gemacht genau multi ist dumm das hat er falsch gemacht so wie sieht es hier aus oh gut fertig weisen habe ich doch jetzt drin ach so da halo mate geil das werden wir uns gleich mal nehmen und ich denke die leute sich damit auskennen werden wissen was ich da jetzt vorhabe jetzt habe ich ja keine schaufel ne hoffen wir mal dass er recht hatte und mich nicht belogen so dann schmelfe ich den hier wieder rein kommen geht das so dann haben wir anumite geil jetzt muss ich vorher mal gucken dass ich jetzt hier bloß nichts falsch machen und verschwende das ist das geist matic wollen wir nicht wir wollen eine ganz normale pickaxe mehr will ich doch gar nicht wir brauchen und pickaxe hat das ist ja ganz normal ist also pickaxe hat noch mal dass es richtig ist dann gebe ich hier aber das ist ein bisschen doof über eck nochmal so bei den benutze ich eher selten da gehe ich lieber an den so ich brauche ein bisschen kapisson ich muss mal im ich habe keinen gummels noch ne ich bin dumm so wir können so ein stone hat dings kack packen wir uns hier hin und dann als erstes ist mal aluminium breast nach unten wir machen uns erst mal so ein förmchen also ich trinke hier gerade derweil meinen orangensaft die ist sehr lecker hier kommen unsere benutzten teile rein man weiß ja nicht wofür man die mal braucht ne so und da gießen wir uns jetzt ein alumite das sieht geil aus sieht richtig geil aus so alumite das machen wir uns aus eisen weiß ich brauchen wir denn toolbinding ein normales und ich hoffe eine normale rod sehen wir dann gleich oder ich nehme stein einfach tool rod binding oder geht das auch so ne 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 gut dann stein das ist immer nochmal so achte mal mit den klötzen hier so und ne das brauchen auch doch das brauche ich noch ich hatte noch was das hier brauche ich nicht mehr so und das kommt hier oben rein gut dann hätten wir jetzt theoretisch alles für so eine spitzhacke mal gucken ob ich es richtig hingekriegt habe ja das sieht gut aus das ist da für einen fd alumite so ich habe doch auch einen ingot cast ne oder ich hole mal eben das alumite hier raus so dann die schilder so deutlicher geht es glaube ich nicht doch wohl das geht noch deutlicher streng nicht an so mit dent oder mit panel mit dent oder mit dent oder mit dent jetzt haben wir eine alumite spitzhacke und ich denke die mehrheit wird wissen was sich damit vorhaben ne ja ganz genau nächsten take werden wir in den nether gehen ich mache mir mal eben schnell eine normale schaufel sorry so wir werden in nether gehen und uns schön was zusammensuchen an kobold und ardite für manilium und für kobold werkzeug damit wir da so richtig schön reinhauen also wirklich richtig schön reinhauen nicht einfach so irgendwo reinhauen sondern uns vernünftig werkzeug machen ich möchte ja auch mal direkt ein vernünftiges schwert ne nachvollziehbar ne nein multi du bist dumm wer hat das gesagt ich so dreck haben wir aber vernünftig holz das haben wir natürlich nicht ich werde jetzt mal meinen ganzen garten fällen ja eh aber auch wieder nachpflanzen hier haben wir büsche sehe ich gerade hier 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, jetzt haben wir genug Holz Jetzt kann ich nämlich Und das werde ich hier auch immer eben machen, kurz Eine Crafting Box hinknallen Das nicht, Spruce Mehr habe ich nicht, na gut Reicht Mit ein paar Truhen Ach, die gehen natürlich nicht So, jetzt habe ich genug Ton So, dann schauen wir mal Was ist, wenn ich Hier, hier Hier Da, da Und dann hier Eine Wand Doof, dass sich die Ecken nicht auch noch connecten Das war nochmal richtig Töfte Aber man kann ja auch nicht alles haben Und da sind uns die Steine ausgegangen Das ist nicht so schön Achso Da wird der hier auch wieder richtig produziert Noch kann ich hier raus Und das war doof So Wir möchten ja wieder Kabel zu uns Damit ich nächstes Mal wieder hier Wenn er keine Kabel zu uns nehmen kann So Mit Dent Harper Dent Ne, der hier ist anders Irgendwas mit Dent Was ist das hier? Das ist ja interessant Das macht mich traurig So Was könnte man denn als Decke nehmen? Ich nehme jetzt mal Birke Parkett Und zwar an die Decke So mag ich das Parkett an der Decke Was gibt's Schöneres Als Parkett An der Decke Kaufen sie sich jetzt Moody's Parkett An der Decke Sie werden es nicht bereuen Und ihre Decke auch nicht Sicher? Ja, ja Natürlich Natürlich So Ich brauche Birkenholz Hab ich noch Birke Irgendwo Nils hat Birke Hier nicht Birke Clown Oder doch Hier noch nicht Gießen Sind aber keine richtigen Birken Sind das Birken? Knochen war da dabei? Ne, natürlich nicht Ne, das ist keine richtige Birke Das ist das Doofe Da muss ich warten Wenn ich nicht Birkenholz hab Ich mach ich den hier Das sieht doch schon mal gut aus Tja Birke wäre jetzt schön, ja Sehr schön Sehr schön sogar So Hier haben wir noch mal einen Carpenters Blocks Trip Trap Dings Gut Gut Dann könnte man das jetzt folgendermaßen machen Wir haben ja Zitronen Mehr sogar noch Da könnte man jetzt jeder in den möglichen Quatsch reinhauen Hier zum Beispiel Dirt Hier zum Beispiel Dirt Und hier Gravel rein Und Sand Und dann machen wir hier auch noch mal Pflanzen Ne, warte Das hier raus Das hier auch noch mal raus Jetzt bräuchte ich nochmal Schilder Können wir nämlich schon mal mit Also fürs erste, ne Das hier ist nur so vorübergehend Bis ich ein funktionierendes ME System hab Na Wie heißt der Quatsch Photania So Und hier kommt Baumaterial Ne Hier kommt erstmal Baumaterialien rein So Die behalte ich noch Die behalte ich noch Aluminium behalte ich noch So Dann schauen wir nochmal Bricks sind Baumaterialien So Wie macht man das jetzt am besten Iron Ich würde sagen Redstone Kann ich nicht alles Jetzt kommt schon mal hier rein Ich mach das jetzt einfach mal mit hin und her rein So Ja man merkt Folgen wo Ich alleine bin Die sind dann immer so ein bisschen ruhiger Könnte daran liegen Das ist Zwei Uhr morgens ist Aber Ich mach ihn Weil man so nix hat So Lappes Nehmen wir auch nochmal mit drüber Hm Komm schon wegen Ein Lappes hier So Äpfel machen auch echt nicht lang satt So Tau mir ein bisschen extra stuff Tin Anomite auch Silber Silber Iron Aluminium und Gold Silber Kohle kommt weg Das auch alles Hier kommen dann Edelsteine rein Ich brauche nochmal die Truhe Geht man ja nicht aus Ey Warte mal Das reicht ja jetzt nicht mehr Wieso So Gut Da haben wir Edelsteine rein Das Zeug Das Zeug Das 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 ist kein Edelstein Rohr 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 Können wir mal entköcheln So Das kommt alles einmal raus Wobei Warte mal Hier reden Lassen wir doch mal lieber hier drin Uran 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 Arrows Copper Lied auch noch Weil es selber so klein Oh Lied hier unten rein Ja das ist jetzt alles so ein Quatsch hier Die Teatros Ember Nö Quatsch So Magie Dann haben wir Platz für Lied sicherlich jetzt Und Rubber Und Rubber Bars Ach komm Tue die hier mit rein und fertig Tue die hier mit rein und fertig So Kommt hier mit rein Das ist Nahrung So das kommt in den Ofen Gut Dann meine lieben Freunde Würde ich sagen Vielen Dank für's anschauen Nächsten Tick Oh jetzt hab ich hier auch Oh nein Und wir sehen uns im nächsten Tick Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal Tschüss Ciao Tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.